hallo meine lieben freunde und willkommen zur letzten folge storm silber naslock challenge ja meine liebe freunde ich habe jetzt noch ein bisschen nachgedacht und ich muss ganz ehrlich sagen zu euch wenn ich dieses game jetzt noch mal melke und noch mal eine folge raushaue weiß ich dass die view zahlen so bergrunter gehen und dass das meinen algo überhaupt nicht gefällt wenn dann keine interaktion mehr mit euch ist und so weiter und so fort das bedeutet was ich jetzt mache folge die folge die was ihr am mittwoch hätte sehen sollt kommt jetzt am donnerstag raus das heißt ihr müsst wissen ich habe gestern aufgenommen für eine woche danach das heißt gestern war der zweite achte und ich habe aufgenommen jeden tag ein ifen jetzt lass mich reden god damn it a da fucking hell alter unterbricht mich bei der letzten folge so folgendes ja genau wir haben zweiten achten sieben folgen aufgenommen sprich eine ganze oder sechs folgen sprich eine ganze woche lang das bedeutet für mich ihr habt jetzt am content bis zum 9 8 spricht der 9 8 ist aber der tag wo ich erst in den urlaub fahren das bedeutet die vier ihr bekommt jetzt noch quasi daily habt jetzt daily habt jetzt daily bekommen bis zum 8 8 dann habt ihr eigentlich die folge die was am 9 8 rauskommen hätte sein sollen ist jetzt am 10 8 rausgekommen die folge die ich heute als erstes ausgenommen habe spricht die folge wo wir noch verreden forest gemacht haben kam jetzt am 12 8 raus die letzte folge war der 14 8 das ist der montag und die heutige folge kommt am mittwoch im 16 8 raus wenn ihr das hier seht das ist die letzte folge der storm silver sprich was wir heute noch vorhaben ist folgendes ich schaue jetzt noch mit euch schnell in die dokumente und kann aber währenddessen ja noch weiterreden das ist ja kein problem ich schaue jetzt mit euch noch in die dokumente wo diese fucking birds sind wo sind diese birds wo sind diese birds wo sind diese birds so storm silver documentation pokémon locations und zwar habe ich hier in muss ich jetzt actually suchen und zwar brauche ich lavados aber lavados heißt nicht lavados sondern motress true shit true shit true shit true shit so wait okay dann muss ich auf google nachschauen sorry da muss ich auf google nachschauen so und zwar haben wir jetzt einmal motress oh motress is in is in is in is im berg ist im mount silverberg und wo ist zapptos zapptos wo ist zapptos so wait 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 route 10 ok das machen wir jetzt passt das heißt wir holen uns zapptos als erstes und dann haben wir uns lavados gut das heißt ich brauche noch einen flieger weil wir garados im team haben kann ich keinen flieger haben dann machen wir folgendes wir holen uns heute jetzt noch die birds weil die birds habe ich noch die besessen und die birds möchte ich haben dann kann ich mir hier unten ein paar vögel auf rein ja ich hole mir ich hole mir die vögel ok ich hole mir die vögel das ist punkte nummer uno dann erklimmen wir dann stellen wir uns unser team zusammen dann werde ich oft kurz einmal einen schnipser machen und ich stehe vor rot aufgelevelt vor rot und ähm ich stehe aufgelevelt vor rot und dann machen wir heute rot und dann war es das das heißt die folge was ihr seht ist die letzte folge der storm silver naslock meine lieben freunde ich kann ja währenddessen schon philosophieren dass ich nicht wieder bei den end credits philosophieren muss über die über die ist über die storm silver aber mir hat es richtig spaß gemacht die insaneste aufnahme also die insaneste naslock war es nicht wenn ich ehrlich bin weil die insaneste naslock bleibt immer noch die worldwide 2 die war vom vom schwierigkeitsgrad her am meisten also die war unglaublich wirklich die war unglaublich vom schwierigkeitsgrad her aber sonst es ist ein recht relativ alter hack alter der hack dieser hack ist rausgekommen da war ich mein hallo ah genau deswegen so dieser hack ist rausgekommen da war ich 2012 da war ich 10 wie dieser hack rausgekommen ist also der ist jetzt über 11 jahre alt was ja schon einiges heißt wenn ich ehrlich bin der hack ist über 11 jahre alt und das ist halt insane also 11 jahre ist halt wirklich insane so jetzt gehen wir da runter jetzt gehen wir da runter und für das dass der hack 11 jahre alt ist hat er immer noch eine gute schwierigkeitsstufe ich hätte mir bei kanto ein bisschen mehr erhofft wenn ich ehrlich bin aber wie gesagt 10 jahre alt also wie gesagt für das dass der 10 jahre alt ist der hack darf ich mich echt nicht beschweren nur ich hätte gern was hätte ich gern bei mount silver hätte ich so ein richtiges gauntlet noch zum schluss gerne also nicht dass also vielleicht nicht in veridian forest die ganzen die ganzen astrainer packen sondern wirklich schön bei mount silver noch einen abschließenden rival battle auf level 80 und dann schön noch ein astrainer gondle dass du dich dass du bis zum schluss richtig leidest das wäre cool gewesen das hätte ich mir noch gewünscht aber sonst die die stufen also vom vom finale her muss ich sagen war es das knappeste also vom finale her war es das knappeste weil ich weiß ich weiß gar nicht habe ich bei der worldwide 2 wie bin ich denn durch die elite 4 mit der worldwide 2 raus gekommen bei der elite 4 bei worldwide 2 habe ich doch so absolut insane viel glück gehabt bei der ding das habt das level 60 sehr gut wir können es mit einer discharge parren weil die discharge ist normal und er kann mich glaube ich nicht hitten weil volt absorb und wenn er einen hurricane hat passt das auch so jetzt bieten wir wieder ein bisschen so er hat eine charge das heißt er hat einen spedef rose das heißt wir können für den discharge gehen so jetzt bitte keinen keinen crit das ist jetzt bei lugia passiert am liebsten würde ich die folge gleich wieder neu starten ganz ehrlich aber gut dann kriegt halt moltres den 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 ding bei ja aber sap dos hätte ich gern gehabt ganz 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 ehrlich nur es geht gut los die folgen es ist schwierig also die folge geht gut los aber bevor wir jetzt da bevor wir jetzt da dahin gehen okay folgendes bevor wir jetzt dahin gehen machen wir jetzt noch unser team bilden okay bevor wir jetzt am rot fighten machen wir jetzt auch noch unser team bilden das problem ist ich weiß rot sein team leider schon weil rot sein team ist in jeder storm silber ist in die is in soul silber halt jedes mal alle drei starter das bedeutet damit wir alle drei starter counter können plus psianer plus relaxo plus pikachu brauchen wir seles für sein lantern für sein tour talk beziehungsweise für sein seles für sein tour talk sprich für sein glurak dich als tour talk counter dich als 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 dich als siana counter dann bräuchten wir noch den charizard counter geh aber eigentlich chrome nicht mitzunehmen ist schon ist schon ins wenn ich ehrlich bin aber ein flying type auch nicht mitzunehmen ist auch in zwei erzbeben coverage von relaxo ok pikachu pikachu das heißt tutok lieben wir auf jeden fall gegen sein pikachu das ist einmal punkte nummer uno haben wir sonst noch einen pikachu counter eisemann bleibt im team leute tut mir leid aber metagross ist zu zu valuable dass ich sie nicht im team ich würde sagen das ist unser team kai es tut mir leid aber ich wüsste nicht mit für was ich garathos mitnehmen manetrick mit choice backs gegen sein gegen sein gegen sein gegen sein tour talk gegen sein katschu äh gegen sein gegen sein gegen sein siana ist noch gut beziehungsweise mit einem flamethrower auch gegen sein venusor wie ich sein venusor counter wird die frage boah wie counter ich sein venusor ne normalerweise mit articuno alter ok wieviel base dead total hat articuno articuno schauen wir mal kurz nach das ist articuno ist auf englisch noch mal lavados zaptos und hä wie heißt es auf deutsch Arctos, Arctos, Lavados, Zaptos, ich bin ein idiot hat eine base dead total von 580 das ist kein sudo legi vor allem dann hätten wir eine erdbeben coverage dann machen wir das so machen wir das so aber, 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 aber Jerome aber wobei Jerome hat uns bisher gecarried also damit wir ein bisschen Ding haben damit wir ein bisschen, ein bisschen Ding haben machen wir das so ist das unser Team? ist das unser Team? ich schätze schon, oder? relaxo counter venusor counter dich muss ich überhaupt noch benennen aber irgendwer wird mir schon einfallen Pikachu-counter espion-counter glurak-tur-top-counter tur-top-counter glurak, also ne, glurak-counter nicht venusor-counter venusor-counter ja scheint gut, oder? auf dich packe ich noch die choice-packs rauf du kriegst die white lens du hast leftovers du hast leftovers du hast leftovers und du hast den poison bar beziehungsweise du kriegst die dark glasses weil deine einzige Aufgabe ist das Ding rauszunehmen ok, dann schaue ich was für ein level cap rot ist weil ich würde sagen rot ist level 94 gell ok meine lieben freunde nervosität rising bin ich ganz ehrlich mit euch jetzt haben wir aber keine kaskade god damn it weil da muss ich rauf ich muss da rauf kaskaden bis man noch ok never mind Kai kommt noch mit weil ich muss nämlich da rauf kaskaden für 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 Ding für Moltres das heißt wir holen uns jetzt extra noch Moltres und dann gehen wir oder dann beende ich die Naslock ja damn it es ist immer so schön wenn man den Naslock beenden kann und man sagen kann nein wir haben es noch nicht geschafft also wenn ich jetzt white auto bin ich aber auch pisst wenn ich ehrlich bin nein ich muss den Surfer mitnehmen fuck gegen hell ich muss den Surfer mitnehmen das bedeutet Rockclimb brauche ich wahrscheinlich auch das heißt ich mach das mal so ich hab keine Escape Rope mehr ne aber da wo wir hingehen brauchen wir keine Escape Rope denn da wo wir hingehen gibt es kein Zurück mehr jetzt muss ich in die epische jetzt muss ich episch werden Leute jetzt muss ich episch werden wir haben eigentlich gar keinen shiny encounters jetzt wo ich zurückblickend zurückblicke rückblickend zurückblicke jetzt wo ich rückblickend zurückblicke haben wir keinen shiny man encountered hier liegt der expert belt drinnen wofür bräuchte ich den jetzt noch what für 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 was bräuchte ich den lol für was bräuchte ich den jetzt noch den expert belt warum ist er jetzt ein trainer sag jetzt nicht ich hätte jetzt noch eine Folge rausschlachten können können ha lol überall die paparazzis alter überall die paparazzis unglaublich mit denen so überall die fucking paparazzis ich weiß aber auf jeden fall schon mal ich weiß aber auf jeden fall schon mal das team alter weiß auf jeden fall schon mal den den bild hier ist rege gigas drinnen wirklich das heißt die regis könnte ich auch noch fangen nö aber das machen wir nicht ja aber wo 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 geht es dann zum Moltres wo geht es dann zum Moltres ok meine lieben freunde bis gleich nach 10 minuten der frustration und des überraschung hätte ich auch nicht geglaubt dass ich jetzt in cerulean cave lande aber nach 10 minuten der absoluten der absoluten anstrengung und der absoluten verzweiflung sind wir jetzt ein ding sind wir jetzt in cerulean cave weil da wo ich bin eigentlich eh richtig geflossen weil da wo Moltres eigentlich drin ist muss ich jetzt diese regis sachen machen und das mache ich jetzt sicher nicht mehr heute also meine lieben freunde haben wir noch ein ganz bestimmtes legendary pokémon und für was könnte man denn besser den meisterball verwenden als für das pokémon für das es designt worden ist so meine lieben freunde jetzt haben wir mewtwo ok keine sorge ich benutze mewtwo nicht braucht sich keiner jetzt sorgen machen dass ich jetzt mewtwo benutze und so weiter und so fort aber jetzt haben wir auf jeden fall mewtwo weil modress hat sich nicht fangen lassen saptos reden wir nicht drüber bitte saptos reden wir jetzt nicht drüber so folgendes und mit einem weiteren fingerschnipser und mit einem weiteren schnitt magic sehen wir uns gleich vor mount silver mit vor mount silver wieder mit einem aufgelevelten team ok mit einem aufgelevelten team mit allen benannten pokémon und mit allen pokémon die wir brauchen um mount silver zu bestreiten also wir sehen uns gleich vor mount silver wieder magic meine lieben freunde wir kommen zurück darf ich euch das letzte mal unser team vorstellen es ist das endgame leute wir haben jetzt nichts mehr zum tun ich habe dieses game so dry gemilkt wie es nur geht das einzige was ich nicht gemacht habe ist die regis gefangen aber fuck this shit und die arena remages aber fuck this shit meine lieben freunde welcome in the team die final six die was wir haben sind zum einen julian ihr seht das level cap ist 94 sind zum einen julian julian der seit kanto mit uns dabei war ich glaube das beste wesen und die beste ability was ich jemals und die besten ivs die ich jemals auf einem pokémon drauf hatte leftovers und shell armor seed bomb earthquake crunch und synthesis dann haben wir mit dem team tim mit fast 400 hp alter das muss euch mal wer geben mit der 227er spatzdev unser counter zu zurzog und seinem charizard surf discharge icebeam und aqua ring tim und julian mittlerweile fast kommentarschreiber unter jedem videos die zwei müssen ins team ins top 6 team dann haben wir mit celeste gmx celeste gmx ist und haltet euch fest seit dem ersten gym in unserer naslook drinnen seit dem allerersten gym wir haben falkner erledigt dann sind wir runtergegangen und dann sind wir und dann haben wir basically in the ruling cave hariyama gefunden oder in dem fall nicht hariyama sondern makuhita und seitdem ist celeste in unserem team mit thick fat force pump fake out strength und rock clamp und natürlich auch mit leftovers und nicht nur fast 400 hp sondern über 400 hp dann haben wir paddy mit paddy unser neuestes mitglied na true nicht ganz unser fast neuestes mitglied der einzige grund warum ich paddy mit habe ist wegen dem espion counter der hat einen espion und dass wir das countern holen wir uns jetzt night slash drauf und das problem ist was dieses teil noch nicht hat sind items das habe ich jetzt actually vergessen zu tun nämlich kriegst du kriegst du die choice kriegst du den expert belt wenn ich ihn schon habe wenn ich ihn heute schon habe dann kriegst du den expert belt fuck it so und choice bags auf adekuno ihr seht damit ist wieder im team damit einer der letzten encounter die wir haben aber jetzt gehen wir weiter zu paddy so paddy mit einem potenziellen toxic stall was wir brauchen 237er speed mit abstand das schnellste pokémon was wir haben sogar schneller als fucking adekuno was richtig insane ist nur so nebenbei also mit dem expert belt poison jab nightless flamethrower und toxic dann haben wir adekuno adekuno mit ice beam reflect light screen und roost da drehe ich noch kurz mal was um sorry leute da drehe ich jetzt noch kurz mal was um weil paddy kriegt die black glasses gif paddy kriegt die black glasses weil ich habe hier roost und so drauf und ich gehe sicher nicht mit einem choice bags in den rooster das ist nämlich kompletter int so dann kriegst du den expert belt nice so das heißt wir haben damit mit dem team meine lieben freunde unser adekuno unser jüngstes mit glied mit ice beam reflect light screen und roost eine fette spätsteff eine fette speed eine insane spätsteck absolut absolut insane unser neben 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 tim unser einziges pokémon was gut physisch angreifen kann aber das ist okay und dann haben wir ice man ice man ist einer der absoluten kanto mps und ice man habe ich einfach nur mit weil stahl psychos so ein gutes team ist und falls wir gegen vinesor noch ein paar probleme haben haben wir noch als ding ice man mit dem team so meine lieben freunde ich nehme euch nicht mit zu rot rauf beziehungsweise ich nehme euch mit auf dem weg zu rot rauf weil ich gerne noch ein bisschen über das game reden möchte wir haben jetzt basically dann ich weiß dass die dass die viewer ich weiß nämlich dass die viewer zahl immer so bergab geht wenn ich dann quasi den arena fight gemacht habe und dann noch rede das heißt ihr müsst das jetzt quasi mit anerleben dass ihr entweder skippt zum rot fight aber es ist auch okay verstehe ich vollkommen nur um noch ein paar Worte verlieren zu dürfen an 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 ding nur noch ein paar Worte verlieren zu dürfen an an den romhack ich habe es schon vorher gesagt ich hätte mir noch ein trainer gauntlet gewünscht aber sonst schwierigkeitstufe absolut absolut gut es hat es hat ein paar unbalancing dinge gegeben und man merkt dass treyano bei kanto sich gedacht hat nee das ist mit zu viel arbeit aber es ist vollkommen okay yoto ist was 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 level kurve angeht eines der absolut schlimmsten games überhaupt und ich finde man muss treyano für das dass es sein erster romhack war so viel respekt zollen dass der das geschafft hat soul silver als ein halbwegs enjoyable spiel herauszubringen also wer trey nicht kennt folgt ihm gern auf twitter ist ein absolut begnadeter romhack gesteller wirklich kann man sagen was man will ich zog jeden romhack gerne von ihm wirklich absolut jeden und ich kann ihm nur jeden ans herz legen also wer treyano folgt gern auf twitter er ist glaube ich sonst nirgendwo auf social media unterwegs sondern nur auf twitter sprich das heißt ja jetzt ex oder so dankeschön elon musk nichtsdestotrotz könnt ihr da mal gerne vorbeischauen so meine lieben freunde sind wir in mount silver jetzt können wir darauf jetzt können wir darauf sonst kann ich eigentlich aber auch nichts anderes sagen als mich bei euch zu bedanken die viewerzahlen bei der storm silver sind absolut durch die decke gegangen teilweise also wir haben wieder schöne durchschnittliche 100 views oder 150 views würde ich sagen auf den auf den videos deswegen würde ich mich jetzt schon jetzt schon mal vorm vorm red fight sehr bei euch bedanken weil das für mich für so einen kleinen youtuber wie mich immer sehr viel mir sehr viel bedeutet und alles deswegen vielen vielen dank an alle die unterstützung ich hoffe ihr gebt der letzten folge auch nochmal einen ordentlichen daumen nach oben dann sind wir bei red meine lieben freunde vielen vielen dank für die unterstützung fürs ganze projekt es tut mir leid dass der urlaub so gefallen ist dass ich euch nicht morgen schon mit einer neuen folge begutachten kann dafür gibt es wahrscheinlich morgen einen stream beziehungsweise heute kommt darauf an wann ich heimkomme weil heute ist ja mittwoch gibt es entweder heute einen stream oder morgen einen stream je nachdem wie ich es zeitlich schaffe vielen vielen dank für alle daumen vielen vielen dank für alle kommentare vielen vielen dank für alle abonnenten die wir durch dieses projekt dazubekommen haben ich glaube wir sind bei 70 oder 80 abonnenten nur durch dieses nur durch dieses projekt freut mich super super sehr so und mit den worten entweder wir whiten jetzt oder wir schaffen es jetzt let's go so trainer red sein pikachu auf level 94 er hat alle pokémon auf level 94 es beginnt nebenbei zu hailen an das hab ich actually nicht gedacht graznot der ist neutral wir sind zwar insanely schwer aber das killt jetzt sehr nice wir können jetzt absolut wir könnten jetzt normalerweise absolut ruthless spielen aber ich würde ehrlicherweise gesagt ich würde ich würde ehrlicherweise sagen das machen wir nicht wir versuchen da hier so viele pokémon wie es geht durchzubekommen okay so als nächstes wird zu charlesort kommen wahrscheinlich wahrscheinlich ich denke mir so level 90 ist vollkommen okay dafür haben wir tim mit dem team das heißt falls da jetzt ein flamethrower kommen sollte vollkommen okay er hat einen air slash und er misst die 5% air slash so wir haben left over healing natürlich noch jetzt setzen wir nee Leute wir gehen einfach für den gehen wir für den discharge oder gehen wir für den surfer was macht mehr damage surfer macht mehr damage nee red jetzt bitte nicht so hitte mich doch ein oh er hat ne pasho berry okay interessant das heißt er hat noch mal eine chance einen fokusblast zu hitten Leute er hat noch mal eine chance come on lass mach es mir jetzt nicht so einfach hau wenigstens eines meiner pokémon weg please dum 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 nicht 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 parantim nicht parantim 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 bitte nicht okay sehr gut jetzt kommt was kommt denn jetzt was kommt denn jetzt eine earth power ein grass node was kommt jetzt gib mir irgendwas gib mir irgendwas aber warum haben wir haben nicht ohne grund adekuno mit und wenn tim jetzt keinen einzigen kill machen darf dann bin ich auch ein bisschen böse power whip die wird vierfach resistiert mein freund und wir haben snowcloak drinnen lol wir haben snowcloak drinnen das ist ja richtig insane das heißt wir kriegen keinen damage so icebeam der ist super effektiv der ist mit einem expert belt ich hatte eh keine angst gegen rot also jetzt darf ich ja ehrlich sein mit euch aber ich hatte keine angst gegen rot also i mean come on der hat keine sudo legis der hat keine legis der hat einfach nur nur ein ding der hat einfach nur den normalen ding so charizard hier gehen wir wieder raus zu ding hier gehen wir wieder raus zu tim komm triff den flamethrower please mach es mir nicht so einfach dankeschön oh god du sollst mich treffen glurak bitte du sollst mich treffen okay endlich er trifft von vier moves einen alter er trifft von vier moves einen so wie viel damage macht das come on schwierig not gonna lie so also charizard hat auch so einen geilen ruf wirklich unbelievable so come on give me a challenge boy give me a challenge boy espion mein absolutes lieblings pokémon mein absolutes lieblings pokémon und ich muss es killen ja gut ich hab mich auch vielleicht ein bisschen zu sehr auf den fight vorbereitet kann sein maybe vielleicht night slash espion du bist zwar mein absolutes lieblings pokémon und wirst vielleicht am ende des jahres meinen unterarm ziehen aber du bist kein starkes mon du bist leider kein starkes mon es tut mir leid so lass mich raten relaxo blast toys er geht instant into blast toys fake out damage okay interessant 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 so geh für die hydropumpe geh für die hydropumpe let's go tu mir den gefallen geh für die hydropumpe und kill wenigstens eines meiner mons er geht für den blizzard der ist kein stab well come on don't don't ich kann jetzt da nicht mit na okay damit jeder seine time zu scheinen hatte kommt jetzt ice man damit jetzt jeder seine time zu scheinen hat kommt jetzt ice man dass jeder einen kill gemacht hat okay ich könnte jetzt zu land raus oder zu ding raus aber dass jeder seine time zu scheinen hatte kommt jetzt ice man okay glaube ich können wir so unterschreiben dass das okay ist das so medium mash nicht du kannst doch nicht im letzten fight alles missen Und ich krieg nen Attack Rape Oh shit So, wenn jetzt der Toxic den Kill macht Bin ich böse Bullet Punch Oh, er hat ne Full Restore Okay, nevermind True, der darf ja mit ner Full Restore spielen Wird Zen Headbutt von Iron Fist Wird Zen Headbutt von Iron Fist Also Ich denk mir das nicht aus Das bin nicht ich Das ist er Der die ganzen Hydro Pumpen misst What is this What is this Rot Bitte Seine Herausforderung, alter So, Silas Deine Time to Shine Deine Time to Shine, my boy Deine Time to Shine Oh, warum denn Den Crunch So Ich geh gar nicht für Fake Out Chip Damage Ich geh einfach jetzt für Instant Force Palm Und mit dem Meine lieben Freunde War's das mit der Storm Silver Well, noch nicht ganz Doch nicht ganz Er kriegt nicht mal ne Para Er kriegt nicht mal ne Para Come on Geh für Recover Tu etwas Geh für ne Full Restore Oder irgendwie sowas Tu, tu, tu etwas Kämpfe um dein Leben Red Du kannst ja nicht von mir einfach so Ja, ich wollte gerade sagen Geh für ne Full Restore Geh einfach für ne Full Restore Oh Gott, Leute Das zieht sich jetzt richtig in die Länge Celeste, come on Wir beenden die Nuzlocke mit nem Crit Come on Wir beenden die Nuzlocke mit nem Crit Celeste, come on Du hast uns durch das ganze Game gecarried Wir beenden das ganze mit nem Crit Ne, aber wir beenden das ganze mit ner Para Jetzt ist's vorbei Jetzt ist's vorbei Jetzt sind wir schneller auch noch Also wir sind vorher schon schneller Aber jetzt sind wir schneller auch noch Komm schon Rot Fisch nochmal für den Crit Tu etwas Wir sind offiziell Champion der Storm Silver Und das mit nur einem Reset Den hättet ihr fast vergessen, gell Aber die erste Folge war ein Reset, meine lieben Freunde Das mit nur einem Reset Let's go Let's go Das war's Was hat denn da am Boden Saving Don't turn the power off Gut, meine lieben Freunde Das war's mit der Storm Silver Ripp an alle Gefallenen Wir sehen uns Nicht bei der nächsten Folge Sondern beim nächsten Projekt wieder Habe ich gern Wenn euch die Folge gefallen hat Einen Daumen nach oben Kommentar schreiben Herzlichen Glückwunsch Abonnieren, wer noch nicht abonniert hat Wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder Und euer Bambo Bye, bye BELB